Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und Interesse habt an den kleinen Roboterautos. Ich möchte euch heute so den Einstieg vermitteln, was man alles wissen muss, um so ein Auto selbst bauen zu können und ja, leg einfach mal los. Genau, die Agenda ist einfach mal so die Einführung, dann die verschiedenen Chassis-Typen, was man selbst bauen kann, dann natürlich mein Gefühl für die Hardware, was man so braucht, dann zum Betriebssystem möchte ich ein bisschen was sagen, dann natürlich das Thema Live-Video-Streaming, GPS-Navigation sieht man bei dem einen Modell hier vorne, wie man das machen kann und dann so einen kleinen Ausblick, was man in Zukunft oder woran ich noch arbeite, was es noch so alles geben wird. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, wer alles in Raspberry Pi schon kennt, deswegen mal so ein paar Zahlen und Fakten. Ich glaube, ganz, ganz interessant ist einfach mittlerweile die Masse, die von diesen kleinen Computern verkauft wurde, dass sie damit, ich glaube, Stand Februar war das, 12 Millionen erreicht haben. Ja und dann natürlich, wenn man nach so Do-it-yourself-Projekten googelt, wie viele Treffer es dann dort hat oder Make Affairs, zum Beispiel hier die Make Munich, einfach mal so ein paar Fakten. Genau, für was steht eigentlich die Raspberry Pi Foundation? Das ist einmal eine Organisation, die sich zum Ziel gemacht hat, der Welt oder vielen Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, an der, ich sage immer, digitalen Transformation der heutigen Zeit teilhaben zu können, um einfach auch die Jugend vor allem für das Thema zu begeistern und sie ja für die Zukunft zu befähigen, einfach mit den Computern, mit der Robotik zum Beispiel umgehen zu können. Wer kennt denn jetzt hier in der Runde den Raspberry Pi, den kleinen Computer? Ah ja, es sind ja doch einige dabei. Genau, hier einfach mal so der Überblick, was man alles anschließen kann. Ich habe mich bei meinem Projekt für ein Raspberry Pi entschieden und jetzt nicht für den Arduino, mit dem wäre das sicherlich auch gegangen, aber der Raspberry Pi hat einfach die Möglichkeit, ein Linux, ein vollständiges Betriebssystem drauflaufen zu lassen, direkt auf den kleinen Computer und Maustastatur, Monitor, all die Sachen anzuschließen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man so ein Roboterauto bauen möchte, was braucht man alles? Ich hatte angefangen mit dem allerersten Raspberry Pi Modell, ja und dann lag das eigentlich ein Jahr bei mir herum und ich habe angefangen im Internet zu suchen und zu überlegen, was könnte ich damit machen, habe nicht so richtige Anleitungen gefunden, die mich da eins zu eins durchführen und habe dann mit viel Recherche und Arbeit angefangen, bei mir auch auf meiner Internetseite das Ganze zu dokumentieren, für mich zu erarbeiten und dann nach, ich glaube mal so dreiviertel Jahr habe ich es dann endlich geschafft, auch mal einen Motortreiber zum Laufen zu bekommen und damit sich mal etwas bewegt. Ja und all das habe ich dann mal zusammengeschrieben in dem Buch, was auch im Rheinwerk Verlag herausgekommen ist. Das war eigentlich recht nett, da hatte ich letztes Jahr hier auf der Make Munich meinen eigenen Stand, habe die ganzen Roboterautos präsentiert und so kam dann der Kontakt zustande, ob ich nicht ein Buch schreiben will und jetzt ein Jahr später ist das Buch quasi fertig und ich darf noch mal einen Vortrag darüber halten. Ja und dann wichtig sind natürlich die ganzen Komponenten, da gehe ich dann später noch mal detaillierter drauf ein und dann natürlich die Software, damit das Ganze auch zum Leben erweckt werden kann und hier war mir immer wichtig ein Live-Video-Streaming zu haben, wo auch die Latenzzeit wirklich niedrig ist, weil ich habe daheim festgestellt, dann rammt man doch ziemlich schnell ein Möbelstück. Genau und dann soll das Ganze natürlich recht einfach gehen, damit dann auch die Jugend Freude daran hat, spielerisch so ein Roboterauto zu bauen und das Ziel ist natürlich etwas selbst zu machen, es jetzt nicht fertig zu kaufen, dann die Kreativität zu fördern, das sieht man jetzt hier vorne links an dem Modell, das habe ich aus ja alten Joghurtbechern, Gummibärchen, Becher zusammengebaut und es ist ein Amphibienfahrzeug geworden, das kann über Land fahren und natürlich schwimmen und dann hoffentlich im Sommer mir, wenn ich im Badesee unterwegs bin, hinten in den Becherhaltern auch ein kühles Getränk bringen. Es ist einfach, ja, dass man sich da entfalten kann, was ausprobieren kann. So, ich habe dann sehr viel mit Pappe gebastelt als Chassis, weil ich habe daheim keine Werkstatt und musste das Ganze eigentlich im Wohnzimmer machen und im Büro und dann sieht man unten links quasi das allererste Modell, das ist aus Pappe entstanden. Jetzt ist ja so, nicht jeder möchte vielleicht mit einem scharfen Messer, mit Heißklebepistole herumhantieren, der kann natürlich sich auch so ein fertiges Acrylglas-Chassis kaufen und das Ganze einfach zusammenschrauben. Das macht genauso Spaß und wer von daheim Lego hat, ja, der kann natürlich auch aus Lego-Bausteinen sich ein schönes Modell bauen. Das sieht man unten rechts, das war ein Bekannter von mir, der das mit seinen drei Jungs daheim gebaut hat, das war dann der Lego Racer. Ja, welche Komponenten braucht man, so ein Roboterauto zu bauen? Dann braucht man natürlich einmal Getriebemotoren oder Motoren für den Antrieb. Ich verbaue immer vier Motoren bei mir, weil so spare ich mir die Ansteuerung von einem Servo für die Lenkung und dann funktioniert das Ganze von der Lenkung eigentlich, wie man es von Raupenfahrzeugen, von Sokettenfahrzeugen kennt. Dann natürlich eine externe WLAN-Antenne, einfach für die Reichweite. Der Raspberry Pi 3 hat natürlich schon eine WLAN-Antenne on board, aber da hat man dann doch manchmal das Problem, dass es durch die Wände durchgedämpft wird oder wenn man größere Entfernungen überbrücken möchte, ist einfach eine externe Antenne besser geeignet. Dann natürlich die Räder, die sind bei diesen gelben Motoren eigentlich immer mit dabei. Dann eine Batteriehalterung für Mignon-Batterien, den Batterieclip, ein bisschen Kabel. Sehr wichtig war auch ein Step-Down Converter für die Stromversorgung. Ich habe am Anfang immer mit zwei Batterien experimentiert, aber das ist einfach zu komplex und ich wollte es so einfach wie möglich machen für den Nachbau und da ist ein Step-Down Converter, der aus einer hohen Spannung, eine 5 Volt Spannung für den Raspberry Pi macht, einfach praktisch. Dann natürlich der Raspberry Pi, ein Motortreiber, damit ich vom Raspberry Pi aus die Motoren ansteuern kann, zeige ich gleich im Anschluss nochmal genauer, damit ich die Drehrichtung regeln kann und die Geschwindigkeit. Dann wieder verschiedene Kabel für die Raspberry Pi Kamera, dieses CSI-Kabel, das ist das weiße Flachbandkabel, was man auch hier vorne sieht bei den Modellen. Die Kamera als solches, eine Micro SD-Karte und ein USB-Kabel für die Stromversorgung. Das sind eigentlich alles Komponenten, die kann man im Internet über die bekannten Online-Shops beziehen. Genau, jetzt sieht man hier links den Step-Down Converter. Hier kann ich eine Energiequelle anschließen, glaube ich von 7 bis 24 Volt. Der hat dann einen USB-Ausgang, an dem dann 5 Volt rauskommt bei circa 2 Ampere oder 2,5 Ampere und das reicht super aus, um den Raspberry Pi mit Energie zu versorgen, dass der läuft ohne abzustürzen, wenn man jetzt mal bei den Motoren auf Vollgas gibt. In der Mitte sieht man das Raspberry Pi 3 Modell. Und dann ganz rechts ist der Motortreiber zu sehen, an dem ich zwei Motoren anschließen kann und über die Logik-Ansteuerung mit meinem Programm auch die Drehrichtung regeln kann und natürlich auch die Geschwindigkeit, wie schnell sich die Motoren drehen sollen. Angeschlossen wird das Ganze mit solchen Female-to-Female-Jumper-Kabeln. Da braucht man sechs Stück. Vielmehr muss man eigentlich nicht machen, um den Motortreiber logisch mit dem Raspberry Pi zu verbinden. Jetzt sieht man so meine Irrwege, das habe ich mal mit drauf genommen auf die Präsentation. Auf der rechten Seite, da hatte ich mal anfangs noch probiert, so einen Motortreiber selbst zu bauen, aber das hat einfach nicht funktioniert. Ich hatte immer Kriechströme oder es hat kurz gequalmt, also es hat einfach nicht hingehauen und dann ist so eine fertige Lösung einfach bequem und funktioniert zuverlässig. So, jetzt haben wir natürlich das Thema mit dem Live-Video-Streaming. Für den Raspberry Pi gibt es verschiedene Kameramodule, die direkt unterstützt werden. Prinzipiell funktioniert auch jede USB-Kamera, die unter Linux auch geht, kann man auch nehmen, aber da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Latenzzeiten dann doch etwas höher sind und dieses Kameramodul von der Raspberry Pi Foundation ist einfach direkt angeschlossen an die Logikeinheit von dem Raspberry Pi und so habe ich einfach hier eine hohe Datenübertragung und sehr wenig Latenzzeiten. Wichtig ist eigentlich, dass man für die Modelle eine Kamera nimmt mit einem Weitwinkelobjektiv, wie es jetzt in der Mitte zu sehen ist, weil man sieht hier, die Modelle stehen sehr nahe am Boden und ohne eine Weitwinkelkamera hat man eigentlich nicht so einen guten Überblick, was jetzt vor dem Modell zu sehen ist. Also das würde ich auf jeden Fall aus meinen Erfahrungen heraus empfehlen. Genau, dann das Betriebssystem, das kann man fertig als Image herunterladen und auf die Micro-SD-Karte schreiben. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, das ist eigentlich ein ganz einfaches Vorgehen. So, was muss man jetzt alles noch machen? Wenn man das Image auf die Karte geschrieben hat, einmal natürlich den kleinen Roboter oder den Raspberry Pi mit dem eigenen WLAN verbinden und die Raspberry Pi Kamera in der Konfiguration quasi aktivieren, dass die funktioniert und verfügbar ist. Dann haben wir natürlich für das Video-Streaming eine Lösung gebraucht, die uns das Live-Video anzeigt und hier habe ich mich für den MJPEG-Streamer entschieden. Ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das Ganze funktioniert einfach perfekt und hat auch sehr niedrige Latenzzeiten. Um dann die GPIOs auch von einer Web-Oberfläche für die Steuerung anschalten zu können, also quasi diese kleinen Stifte, mit denen ich die Signale übermittle, an den Motortreiber habe ich dann Web-IOPI verwendet, weil das eigentlich auch recht simpel zu programmieren war. Dann gibt es quasi zwei Möglichkeiten, mit denen ich mich beschäftigt habe für die Programmierung. Das ist einmal mit Scratch. Da kann ich per Drag-and-Drop eigentlich in der Oberfläche recht schön meine Dinge entwickeln oder ich nehme Python als Programmiersprache und programmiere es dann dort. Das war dann der Weg, für den ich mich meistens entschieden habe, weil ich einfach hier komplexere Sachverhalte abbilden konnte. Als nächstes hätte ich jetzt ein Video, wie man sieht, wo das Video zeigt, wie man so ein Auto zusammenbaut. Ich würde das jetzt überspringen, einfach, ich glaube, von der Zeit her. Genau. Und wir können das dann gerne beim beim Rheinwerk Verlag dort auf dem großen Monitor uns noch anschauen. Genau, dann der MJPEG-Streamer ist quasi, also das mit den Latenzzeiten habe ich erklärt, dass er dafür ganz, ganz gut geeignet ist. Und wir müssen uns ja ein bisschen unterscheiden von so einem klassischen ferngesteuerten Auto, wo wir immer Sichtkontakt haben und mit einem Live-Bild auf seinem Smartphone, auf dem PC, ja, hat man einfach viel mehr Spaß, wenn das Auto im Freien herumfährt und man nicht immer schauen muss, wo es ist, sondern man sieht es live oder halt einfach in der Wohnung, wenn man mehrere Modelle hat und dann mit Freunden quasi Mario Kart spielen kann. Das ist immer der, der das Lego-Auto hatte, hat eigentlich gelost, weil den haben jeden gerammt, weil es immer lustig war, wenn die Steine weggeflogen sind. Genau, jetzt links sieht man quasi in dem Screenshot, da filme ich quasi zwei Autos mit einem dritten Auto und da sieht man die simple Oberfläche von dem MJPEG-Streamer. Hier nochmal die Sicht mit Scratch, das ist quasi die Programmiersprache, wo man per Drag & Drop programmieren kann. Das richtet sich an Jugendliche oder, ja, ja, Jugendliche an Kinder. Und natürlich, wer dann ein bisschen tiefer einsteigen möchte, den lege ich dann Python nahe. Das ist einfach eine Programmiersprache, die wird vom Raspberry Pi super unterstützt, ja. Es gibt sehr, sehr viele Module, viele Anleitungen auch im Internet, wo man sich Hilfe holen kann. Das ist einfach, ich würde sagen, empfehlenswert, sich da einzuarbeiten. Genau, dann ist natürlich das Ganze so, man möchte ja das Auto nicht mit einer Tastatur fernsteuern, das geht natürlich auch. Und schön ist es, wenn man es auf dem Smartphone quasi per Touchscreen steuern kann. Das sieht man jetzt hier rechts unten, mein Tablet und quasi die Pfeile vorwärts fahren, rückwärts fahren, links, rechts und in der Mitte der große Stopp-Knopf und im Hintergrund dann das Live-Bild. Natürlich, umso öfter ich auf dem Pfeil nach oben tippe, umso schneller fährt es und so kann ich auch wieder abbremsen oder schärfere Kurven fahren oder Kurven mit einem größeren Radius. Ja, dann kann man natürlich das Auto aufrüsten, jetzt wie man es hier unten sieht, vom rein ferngesteuerten Auto bis hin zu einem autonom fahrenden Auto. Da bietet sich so als Sensorik das Raspberry Pi Sanset ganz gut an, Ultraschall-Sensoren und wer natürlich im Freien herumfährt, dann auch ein GPS-Empfänger. Hier sieht man nochmal ein bisschen die Komponenten in der Kursaufnahme. Einmal der Ultraschall-Sensor, das Raspberry Pi Sanset und eine USB-GPS-Maus und dann noch was Spezielles, das ist so ein I²C-Pegelwandler, der einfach zwischen der 5-Volt-Welt der Ultraschall-Sensoren und der 3,3-Volt-Welt vom Raspberry Pi die Übersetzung macht. Hier habe ich jetzt so ein kleines Video, das versuche ich mal zu zeigen. Da sieht man jetzt quasi das Modell, wie es hier vorne steht, bei mir in der Wohnung herumfahren und mit den Ultraschall-Sensoren und dem Raspberry Pi Sanset, wo es das Gyroskop nimmt, um quasi die Gradzahl der Drehung zu ermitteln, wie weit habe ich mich gedreht und dann fährt es immer los und ich habe so gesagt, naja, ich glaube so 20 cm Abstand soll es einhalten zum nächsten Hindernis und dann eigentlich per Zufall sich überlegen, wie viel Grad es dreht und dann wieder so lange vorwärts fahren, bis wieder das nächste Hindernis kommt. Es funktioniert eigentlich auch recht zuverlässig, man muss immer ein bisschen spielen, weil natürlich auch der Stoff, wie man ihn da jetzt herunterhängen sieht, anders den Schall reflektiert, wie jetzt eine Wand. Und das Raspberry Pi Sanset, das hat obendrauf auch so eine LED-Matrix und da zeige ich dann immer Pfeile an, in welche Richtung sich das Auto dreht oder ob es vorwärts fährt oder welche Entscheidung mein Python-Programm macht, bevor dann die nächste Aktion kommt. Genau, jetzt müsst ihr es gleich anhalten. So, jetzt zum Ausblick. Ich bin natürlich immer noch aktiv und möchte mal meinen Metallsuchroboter auch komplett autonom im Feld fahren lassen. Und so habe ich mich an Differential GPS herangearbeitet, dass ich einfach eine zentimetergenaue Positionierung von meinem Roboter habe. Da sieht man links quasi das Modul. Das ist von einem österreichischen Entwickler, der das für einen Raspberry Pi speziell entwickelt hat. In der Mitte den theoretischen Aufbau mit der Basisstation und der Mobileinheit. Und dann sind natürlich alle möglichen Anwendungsfälle möglich. Man sieht links oben den Metallsuchroboter, den ich gebaut habe. Dann kann man sich damit auf Minensuche begeben oder einfach in der Landwirtschaft einen Traktor steuern. Das ist dann natürlich eine professionellere Lösung mit LIDAR und noch anderen Umgebungssensoren. Genau, bei mir sieht das Ganze jetzt so aus. Links ist jetzt mein größtes Robotermodell zu sehen, das im Garten herumfahren kann und eigentlich Maulwürfe erschrecken soll, dass die quasi aussehen aus der Wiese. Dann in der Mitte quasi das Amphibienfahrzeug, was ich hier dabei habe, was ich dann auch gerne im Nachgang auch nochmal zeige. Und dann habe ich mir von Nvidia nochmal Hardware gekauft. Da würde ich jetzt die Raspberry Pi Welt verlassen. Das ist dieses Nvidia Jetson Board, was also richtig im Gigaflop-Bereich Leistung hat. Einfach für Videoverarbeitung, dass man auch hier einsteigen kann und ein richtig autonom fahrendes Fahrzeug sich bauen kann. So, jetzt wäre ich quasi durch mit meinem Vortrag und wir könnten noch ein paar Minuten Fragen stellen. Jetzt muss ich glaube ich runterkommen. Gibt es denn schon eine Möglichkeit, dass man zwei Kameras anschließt und ein stereoskopisches Bild auf so eine 3D-Brille bekommt? Ja, das ist auch ein Thema, das habe ich mir auch schon angeschaut und zwar gibt es von der Raspberry Pi Foundation so ein Entwicklerboard, wo man dieses Compute-Modul reinstecken kann und bei dem, das hat quasi zwei Eingänge für eine Kamera. Also das gibt es und da gibt es auch schon Lösungen im Internet, wo Maker das gebaut haben. Also da muss man sich dieses Entwicklerboard oder was das ist von der Raspberry Pi Foundation holen, damit geht das. Gibt es sonst noch Fragen? Gut, dann werden wir pünktlich fertig. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020